Hallo und herzlich willkommen zu den Games2 Nachrichten am 17. August 2021. Hier ist nicht Pirmin, der hat Besseres zu tun, deswegen die Nachrichten heute nochmal mit mir, dem Zeno. Das sind die Themen. Ist eventuell ein Battle Royale Modus für The Last of Us 2 geplant? Fortnite bekommt einen Neuzugang in Form einer neuen Superheldin. Dann zu Rainbow Six Siege, das steckt alles in der neuen Season Crystal Guard. Und es gibt ein Update für die Xbox Series X, diese Verbesserungen sind dabei. Wenn ihr auch in Zukunft auf diesem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch bitte und drückt auch auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den Nachrichten. The Last of Us 2 könnte einen Multiplayer, genauer gesagt einen Battle Royale Modus erhalten. Der YouTuber Specklizer hat in den Daten des Spiels eine Reihe von Multiplayer Assets entdeckt. Vor allem geht es dabei um eine umfangreiche Map. Diese soll aus den Gebieten Adler Park, Camerlito und Port of Camerlito bestehen und könnte eine große Zahl an Spielern fassen. Auch einige Gegenstände wie ein Halsband, Rucksäcke, Rüstungen und ein Kompass wurden in den Daten gefunden. Was speziell auf einen Battle Royale Modus hindeutet, ist ein Zähler, der die Spieler erfasst, was eigentlich nur in diesem Subgenre üblich ist. Außerdem sollen Hinweise auf ein Emote Rat zu finden sein. The Last of Us 2 wurde zwar ohne Multiplayer-Modi veröffentlicht, der Entwickler beharrte aber stets darauf, dass es etwas geben werde, um diese Lücke zu füllen. Ein weiteres Mitglied der Gerechtigkeitsliga schließt sich dem Kampf in Fortnite an. Epic Games hat angekündigt, dass die Amazonenkriegerin Wonder Woman schon bald spielbar sein wird. Ab dem 20. August um 2 Uhr nachts könnt ihr euch Wonder Woman zusammen mit ihrer gepanzerten Variante im Itemshop holen. Das Set besteht darüber hinaus aus dem Hängegleiter Goldene Adlerflügel, der Spitzhacke Athenas Streitaxt, dem Ladebildschirm DC Trinity und dem Rückenaccessoire Dianas Umhang in zwei Varianten. Ab morgen findet bereits der Wonder Woman Cup statt, in dem ihr zusammen als Duo mit Freunden antreten könnt, um einige Items zu gewinnen, bevor sie im Shop erhältlich sind. Ubisoft hat mit Crystal Guard nun Season 3 in Jahr 6 von Rainbow Six Siege vorgestellt. Ihr dürft euch wieder über einen brandneuen Operator freuen, dabei handelt es sich um Osa, eine Militäringenieurin aus Kroatien. Mit einigen interessanten Schilden, die unter anderem an Türen oder Fensterrahmen befestigt werden können, dürften coole neue Spielstile möglich sein. Neben dem neuen spielbaren Charakter gibt das aber auch weitere Neuerungen. Die Maps Bank, Küste und Clubhouse wurden von Grund auf neu erstellt, um unter anderem das Balancing zu verbessern. Crystal Guard führt darüber hinaus aber noch einige andere Optimierungen und Neuerungen ein. Welche das genau sind, könnt ihr im Detail auf gameswelt.de nachlesen. Microsoft rühmt sich ja mit der Power seiner Xbox Series X und obwohl die Spiele auf ihr großartig aussehen, dümpelt das Dashboard der Konsole immer noch mit niedriger Auflösung vor sich hin. Nun ist ein Update in Arbeit, das genau daran etwas ändert. Mit dem Download wird das Dashboard auch auf 4K Displays knackscharf aussehen. Mitglieder des Xbox Insider Programs können das Feature bereits ausprobieren. Dadurch dürfte vor allem die Lesbarkeit von Texten verbessert werden. Wann das Update für alle Spieler veröffentlicht wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen. Die Series S wird das Update aller Voraussicht nach nicht erhalten. Bei ihrer Limitierung auf 1440p würde es aber auch kaum Sinn machen. Das war's auch schon wieder mit den Gameswelt Nachrichten für diesen Dienstag. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Servus! 6